So, dann bin ich wieder zurück bei EA Sports MMA und jetzt wollen wir mal wieder reisen, um uns gut vorzubereiten vor Alistair Overeem. Ich gehe jetzt... Kommen wir gemeinsam nach Miletic. Fighting Systems. Die korrekte Aussprache von... Ich feiere ein... Feier. 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 Nehmt ihr einen Triathlon-Style, okay? Okay, okay. Geile Infos. Die sind sehr interessant, manchmal die Infos. Ja, komm. Lass mich fighten. Zum Ersterieren. Wie ich Flugverspätung gleich klatsche, ist aber hier. Kickbox, komm, komm. Machen wir das. Nochmal. Okay, wenigstens alles mal hoch. Ich mach das jetzt viermal. Deswegen sind wir hier hingekommen, wegen... Kickboxen. Nein! Scheiße. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Klinch, was hast du da? Klinch, komm. Okay, jetzt nicht. Moment. Brauchbar. Boden kommen, ist halt auch nix. Kenno-Stand eigentlich. Ähm. Welches nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir das nochmal. Ah, das wollte ich doch gar nicht machen. Hey. Hey. Hey, great effort. Keep it up. You've got it. This is the kind of effort it takes to be great. That's right. He'll think he's so... Come on, finish strong. 10 seconds. Hey. It's not enough to do it until you've got it right. This mal hab ich's nicht geschafft. Aber trotzdem... Also hab ich B. Okay, B. Komm, scheiß jetzt drauf. Ah, mach mal. So, nochmal. Oh, dann haben wir das auch jetzt. Uns ein bisschen Kickboxen hochgebracht. Hey, hope your plan lands on its wheels. Hä, 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 hä. Okay. Okay. Bar Shruton, a.g.a. Elwapo, calling you, my friend. It's time to defend what's yours. You're the champion. You've earned it. Now let's keep it that way. Okay. Peace out, brother. Peace out, brother. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Gib ich dir... Gib dir den Titelverteidigung. Hoff ich. 80. Jawohl. Stand. Rums. Älister. Zweikwas, äh... 206. Ich will Rache. Also... Let's do this! in pantheon kann mir jetzt einen m schermann quasi gewonnen der ersten schermann gegen gracie schermann hat verloren durchs abmischen aber sind sparten was ein sparten weil er größe jeden seiner kämpfe durchs abmischen gewonnen hat also hat er verloren kennt oder frank so Ich bin Moro Ranello und ich bin froh, dass Frank der Legend Shamrock für diesen Strikeforce-Kontest So Boah, der hat er Das hat ihn jetzt der richtige getroffen, der Alistair Ich bin froh, der Alistair Alistair, lass es Gib weg Alistair, man Very valuable He's working now from the over-under Umz There's a solid left punch to the head Hey, nice Oh, I thought he was able to posture up But great head control on display here Oh wait, he's actually been able to separate himself And he'll look to dish out the punishment Ich dachte schon, Joke wieder, ey Da hätte ich geflucht, ey Okay, wenn du willst Wenn du willst Wenn du willst Hm? Hm? Komm! Ja! 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 Ich hab's raus jetzt Alles da Hast du davon Hast du davon Prumps Niemand legt sich mit mir an Jawohl Das hat sie dir verdient zu mir Dreckig Sack Champion of the world Ja, Ball Strike Force So Da wär Alistar auch mal aus dem Weg geräumt Da hab ich ihn Und keine Chance mehr Finde ich Alistar Du hast mich zwar zur Aufgabe selber gebracht In so einen Griff Und jetzt hab ich mich gerecht Drecksack Weißt du auch nicht, wie das geht? Aber Mit so einer schlechten Bewertung In der Submission Art Aber Vielleicht ist der ja auch gar nicht Ja so gut drin In der Submission Art Wer weiß, wer weiß Aha Gegenangreifen zu Ja Das weiß ich doch Ich hätte noch einen Mutus rein Ja, weiß ich Aber ich kann ja jetzt keine Mutus mehr freistellen Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nirgendwo mehr hinreisen Weil ich mit Bass trainieren Wird ja wohl reichen eigentlich Ich weiß Ich könnte mich mit Sie Ich will noch besser trainieren Aber Spare ich mir das Geld Wenn ich was brauche Nämlich so ein Bass Hey, how are you buddy? Boss here No one can doubt the champion that the fans is titled You definitely earned the respect of the whole MMA community Peace out brother Dankeschön Peace out zurück Wer haben wir denn da? Ey Vermut ein Kampf gegen den schwergibbischen Champion von Mystic Schaffen Äh, ist der Overeem schon wieder Was ist denn da jetzt los? Machen wir Ob ich das jetzt gewinne Kann ich einen Fight gegen Dem Champion von Mystic schaffen, ey Oder kriegen Champion versus Champion dann, ey Geil